Aber ihr seht das auch oder? Das ist doch krank. Was ist denn das? Was ist denn das? Der hat recht. Ja, es ist so. Der hat einfach die Fakten kurz gesagt. Es ist so. Ich habe es mir auch nur gedacht. Der hat einfach nur rausgehauen. Weiß ich was ich Bock hätte, wenn die jetzt vor der Tür kommen? Olivia soll jetzt hier sein. Jetzt. Bitte, bitte holt Olivia. Die soll kommen. Boom. Die macht bitte, die macht Ferrad. Was macht Ferrad? Was macht der Junge? Ich glaube, ich muss ihn heute schlagen. Das fickt ihn schon. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen unbedingt alleine sein. Nur ich und du und fertig. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was ist denn los? Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Mann. Was ist los, Digga? Fuck. Was machst du, Mann? Was hab ich denn jetzt gemacht? Was ist denn los? Olivia ist heute Morgen meistens geil. Gestern? Gestern? Ich hab abgeschossen nicht, Olivia. Doch, hab ich schon. Es ist zu spät. Man kann ja nicht alles kontrollieren. Es kommt einfach, wie es kommt. Das wird heute safe noch knallen, glaube ich. Warte doch mal, chill doch. Ich bin bitte nicht zusammen. Das reicht doch von diesem Kuscheln, Bro. Ein bisschen mehr als Kuscheln, ist ja logisch. Ich hab's zurückgeküsst. Ich hoffe, dass man mich versteht. Ach Gott, mir ist scheißegal, was die Leute umstinken. Ich mag das, worauf ich Bock habe. Das kommt. Alter. Alter.